Commander Mason für Sergeant Woods. Schon gut, Kleiner. Alles okay. Was hatte ich aufgehalten? Ich dachte schon, du würdest das nicht schaffen. Was zum Teufel habe ich da gemacht? Verzug. Tote leiden nicht mehr. Darum sind du und ich noch hier. Du leidest mit mir. Er hat einen Plan für dich, Kleiner. Er arbeitet daran seit 30 Jahren und zählt darauf, dass du ihn holen kommst. Warte mal. Frank, weißt du was? Dieser Anhänger damals, nach deinem Anruf, war er weg. Meinst du, ihm sind Beine gewachsen und er ist weggelaufen? Dieser Kerl, er kennt jeden Schachzug, jeden Schritt, den du machst. Er tötet einfach 20, 30 Millionen. Als würde sie das zurückbringen. Es geht um seine Schwester. Er tötete meinen Vater. Damit er dich... Er kennt keine sauberen Schüsse. Es muss... Hey! Was ist passiert in Panama? Ich war ziemlich sicher, wir hatten ihn in Nicaragua. Ein Jahr später erscheint er in Panama mit diesem Penner noch Jäger. Das ist zu viel für die CIA. Die Befehle kamen von George H.W. für eine Entführungsaktion. Und dein Dad und ich, die sind rein. Was für eine Scheißshow. Ich bin ruhig. Mason. Woods. Schön, dich zu sehen, Frank. Ich ja auch, Alex. Geht nach hinten. Sie ist total sauer. Familie? Ich dachte, es geht um morgen. Ach, es geht um alles, Mark. Ich brauche mehr in meinem Leben, als nur darauf zu wafeln, welches sockverlassene Land du uns als nächstes schleppst. Kommt schon, Frank. Das reicht einfach nicht, Mark. Es reicht nicht. Hey, Jungs. Hey, McKnight. Hast du alles? Ja, schnapp dir die Sporttasche im Schuppen. Deine Frau sieht nicht erfreit aus. Du hast dir nichts von der Invasion erzählt, oder? Nein, aber anscheinend war ich der Einzige. Sie hat es von Jacobs Frau erfahren. Und Steves und Bills. Weißt du, wie ich jetzt dastehe? Warum bringen wir diesen Typen nicht einfach um? Ha? Nach dieser Scheiße in Nicaragua. Die höheren Stellen haben genug von ihm. Wollen ihn aber leben. Hm. Das klingt nicht richtig. Okay. Manuel Noriega. Ab jetzt heißt er Ziel falscher Profit. Es geht um eine Standard-Schmutzkampagne. Seinen Ruf zerstören und das Risiko von Aufständen in seinem Namen reduzieren. Die Invasion wird die Aufmerksamkeit ablenken, wenn wir mit den Navy Seals reingehen. Dann haben wir wohl alles. Yep. Kommt, ich bringe euch raus. Danke für das Bier, McKnight. Ich war so frei, mir ein paar deiner alten Fallakten anzusehen. Die ganze Scheiße mit den Zahlen. War das Gehirnwäsche der Sowjets? Wir haben es jedenfalls versucht. Du hast recht. Willkommen in Panama, Jungs. Die Mission war gut. Die Planung gut. Der einzige fehlerhafte Teil war Arzen. Am Funk als Leiter der Nummer. Etwas war komisch. Schon beim Weg rein. Hab's gefühlt. Es nackte die ganze Zeit an mir. Hab's noch nicht gesehen. Hartzen, hier Mason. Die Bombardierung hat verfrüht angefangen. Willst du uns was sagen? Zehn Sekunden. Hartzen, rührst du mich? Keine Antwort. Wir machen weiter wie geplant. Fünf Sekunden. Los, los. Magnite, hier Mason. Wir sind drin. Seal-Team sichern das Flugfeld und das Hauptquartier, um falscher Profit an der Flucht zu hindern. Ich überwache alles von Gebäude 12 abseits des Kampfgebietes. Was hast du denn den Plan verworfen? Also mir hat er nichts davon gesagt. Viel Glück, Mason. Magnite endet. Ausschalten, Watch. Pst. Worse. 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 Ich bin in Position auf Gebäude 12. Einheiten sind auf dem gesamten Flugfeld in Stellung. Golf läuft in eine Falle. Ich hab versucht, sie zu warnen, aber der Funk spielt verrückt. Sind auf dem Weg. Mason Ende. Was ist mit falschen Profilen? Warten auf Hasen ist okay. Die CIA beobachtet jeden Schritt. Ich glaube nicht, dass er weit kommt. Wir müssen nach oben. Golf Team Mason hier. Bereit für Unterstützung. Feuer einstellen, solange wir das Dach sichern. Beschuss! Denke Seite! Ihr habt immer noch Probleme mit dem Vorfahren. Ich gebe Deckung. Unterstützt vor allem die CS. Golf Team hier Mason. Das Dach ist sauber. Vienen subiendo las escaleras. Wir kommen jetzt durch das Oberlicht. Sie sind genau unter uns. Ich gehe über diehäuben. Das ist selbstverständlich. Aber hier ist es so ein bisschen zu schütte. Das ob ich etwas von mir an. Es geht also hier. Der Jäger ist in der Stadtklapp. Gut, nehmt den Raketenwerfer! Gut, steig auf! Verdammt, wir sind noch ein... Erkehrt, sicher! Erster Stock! Der Fäßchen hat sich hier. Gut zur Hölle, wach! Hatschen, Hatschen, Hatschen! Der Aufenthaltsort von Ziel, falscher Profit wurde bestätigt. Evelina Hotel, Raum 25, setzen fest, hat zum Ende. Ich habe Sichtkontakt. Mehrere Feinde vor dem Hotel. Die übernehme ich. Alles sicher. 2.25 Uhr ist auf. Erster Stock, Oststück. Wo ist der Große? Wir nach. Bereit was? Tun wir es. Festsetzen. Geben Sie mir einen Grund, Ihren Kopf wegzupusten. Was tun Sie da? Ihren Ruf besegeln. Das war nicht abgemacht. Rufen Sie Ihren Boss an. Los, auf den Stuhl da. Hudson, Mason hier. Schieß los, Mason. Haben falscher Profit. Bereit zum Extrahieren. Negativ. Bereit halten für neue Missionen. Zielfalscher Profit hat Informationen über ein nächstes Prioritätsziel. Begleitet die wertvolle Fracht zu einem Gefangenenaustausch. Mehr in Kürze. Wertvolle Fracht am Arsch. Nexus Ziel? Wer ist wichtiger als dieser Wichser? Gefällt mir auch nicht, aber bringen wir es zu Ende. Wir vergeuden zu viel Zeit. Er hat sogar Leute bei Dazier. Verdammter Kavchenko, was hat er noch in Afghanistan gesagt? Hier geht noch was anderes vor sich, Watts. Die Mission war zur Entführung. Dann sagt der verdammte Arzen über Funk, dieser neue Jäger ist nicht die Mission. Er ist nur ein Pfand. Ein Gefangenaustausch und ich vollidiot hätte es wissen müssen, genau zu dieser Zeit. Ich weiß zum Teufel, stimmt, ich bin hier. Was zum Teufel. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Scheiß hat's. Hätte ihn kühlen sollen in Vietnam. Die Post-Taliban-Nürzügelisten genauso schlecht wie in Nicaragua. Schalten Sie aus. Ich gehöre nicht um den Abschaum. Komm schon, ihr verdammten Kattenfarrer! Werdet, ne Yaki! Los, weg hier! Geht in eure Häuser und bleibt drinnen! Mason, hast du die wertvolle Fracht noch? Positiv. Begebt dich zum Armee-Kontrollpunkt hinter den Slums. Du wirst zum Nexus-Gefangenaustausch geleitet. Die Slums sind Kriegsgebiet. Ich muss in der Lage sein, mich zu schützen. Geben Sie mir eine Waffe. Gib ihm, was er will, Mason. Das ist ein Befehl. Harz und Ende. Verdammt. Was machen Sie da? Sie wollten eine Waffe. Von Munition waren die die Räder. Es ist besser für uns alle, wenn sie niemand erkennt. Jetzt. Los! Rutsch, geh vor. Ich achte auf Norieger. US-Truppen dringen in die Stadt ein. Die Invasion ist im Gange. Wir gehen nach Norden. Auch Verbündete und Zivilisten nahmen. Wir sind beim Korn. Rest in Seiten. Bleiben. Haben Sie einen eigenen Weg. Das macht nichts, wenn wir getrennt werden. Sie haben ein Geschütz auf dem Balkon. Ich kümmere mich um Norieger. Auf mein Zeichen. Bleibt uns alles nicht. Ausgeschaltet. Weiter. Auke nach oben, Urd. Ich bin in erhöhter Position. K caber und bende da. In Deckung bleiben. Wir müssen durch den Park in das Zentrum der Stadt. Der Park ist rechts. Verbindete voraus! Feuer einstellen! Keine Bewegung! Ein Stück Schallkreis! Gut, geht! In den Park! Wähl die Gefechte zur Linken! Rechts der Kuppel bleiben! Schatz, ihr seid jetzt nicht besser! Da durch! Nicht nachlassen! Komm, uns lassen und immer weiter! Wohin? Wohin? Im Norden ist eine Kirche. Ihr Kontrollpunkt müsste gleich dahinter sein. Ich sage, die Möchte zu unserer Linken! Geh nach rechts kurz! Nach rechts, in den Bogengang! Da ist die Kirche! Du willst die Kirche vorrücken? Unsere Lange rücken brebettet! Oh, bleib ihnen auf den Weg! Verlaufe! Oh. Ah! Ah! Was ist das? Ah! 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 Komm schon! Los! Ja! Oh! Was jetzt? Da! Durch das Krankenhaus! Ich hab jetzt wirklich genug von diesem Arsch! Starb er wie ein Soldat? Erzähl mir bloß nicht, der fette Volltrottel hat abgedrückt. Sagt mir das bloß nicht! So ist es nicht gelaufen, Kleiner. Doch Jäger waren immer genett. Wie wir alle. Hier herrscht das Chaos! Vor dem Angriff war es nicht viel besser. Patschen hier, Mason. Wir sind fast beim Kontrollpunkt. Nur noch ein paar Blocks. Patschen! Verdammt! Ich weiß nicht, was mit der Verbindung los ist, Wood. Keine Sorge, Mason! Die Technik spielt immer verrückt! Scht! Hörst du das? Ich hör's! Sie ist schwer verletzt! Sie ist schwer verletzt! Du kannst hier kein Angriff? Scht! Wie wird das? Dich? Scht! Die Technik spielt einfach von den Kuhnel! Scht! Dich? Hilfe! Hilfe! Ab jetzt atmest du nicht mal mehr, bis wir sagen, dass es okay ist. Fahrt zur Hölle. Zur Hölle. Da waren wir schon. Weg! Sie greifen an! Los, Bewegung! Ich grün doch gesp.. Weg! Sie greifen an! Los, Bewegung! Okay, der Kontrollpunkt ist da vorn. Gut, hoffentlich wird dieses Arschloch bald das Problem von jemand anderem. Ja. Ja, aber wer zur Hölle ist, Ziel Nexus? Was ist wichtiger als Ziel falscher Profit? Du musst mir vertrauen, Mason. Wirklich. Herbst am Ende. Ich habe zwar Befehle angezweifelt, aber niemals die Motive. Du kümmerst dich um deine Einheit. Du bringst die Jungs sicher nach Hause. Wo ist es, Frank? So ist es einfach nicht. Die Befehlskenntnis ist am Arsch. Ich bin ein Soldat. Ich kriege Befehle und erledige den Tränen. Urs ist in Position. Ich bin unterwegs zum Dach des Südgebäudes. Scheiß Verbindung! Kirlan, es ist alles bereit. Niemand darf verfahren, dass ich ihn verraten habe. Ihn? Hansen, wer ist Ziel Nexus? Haxen! Er ist es, Wurz. Ziel Nexus ist Raul Menendez. Hättest es uns sagen müssen, Hansen. Du hättest es uns sagen müssen. Wir sind bereit. Bringt ihn raus. Sie bringen den Hohensohn raus. Sichtkontakt bestätigt. Ja, zu wahr, Leute, bei der CIA. Beende es jetzt, Wurz. Lass ihm die Rübe weg. Haxen! Er ist es, Wurz. Ziel Nexus ist Raul Menendez. Hättest es uns sagen müssen, Hansen. Du hättest es uns sagen müssen. Wir sind bereit. Bringt ihn raus. Sie bringen den Hohensohn raus. Sichtkontakt bestätigt. Ja, zu wahr, Leute, bei der CIA. Beende es jetzt, Wurz. Los geht die Rübe weg! Jetzt, Wurz. Was glattst du so überheblich? Was zum Teufel ist da los? Was ist denn hier los? Nein, nein, nein. Mason! Mason! Du, Basta! Menendez! Du, Basta! Oh! Ah! 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 Dein Freund Alex Mason ist tot. Durch deine Hand. Verstehst du warum? Herr Walter, David töten. Weil du leiden musst, wie ich gelitten habe. Einer stirbt noch. Du? Woods? Oder David? Entscheide dich. Oder ihr sterbt alle. Woods, ich kann nicht... Ich habe zwei Kinder. Sie... Leck. Leck. Du hast... 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 Du hast...